Zu den Basics in der 3D-Geometrie gehört, Geraden in ein dreidimensionales Koordinatensystem einzeichnen. Das ist ein bisschen tricky, weil ein Blatt Papier ja nur zwei Dimensionen hat. Es gibt aber ein Rezept und das zeige ich euch hier. Schauen wir uns mal folgende Aufgabe an. Zeichne die Gerade mit der Gleichung x gleich minus x3 minus 2 plus t mal 2, 3 minus 1 in ein dreidimensionales Koordinatensystem ein. Diese Geraden in Koordinatensystem einzeichnenden Aufgaben lösen wir in drei Schritten. Und der erste davon ist, zeichne den Stützpunkt ein. Zuerst zeichnen wir also den Stützpunkt ein. Dazu müssen wir wissen, was denn eigentlich nochmal genau dieser Stützpunkt ist. Und das finden wir raus, indem wir uns an die allgemeine Form der Geradengleichung im Raum erinnern. Die sieht so aus. x gleich p plus t mal u. Dabei ist p der Stützvektor und u der Richtungsvektor der Geraden. Den Stützvektor kann man sich so vorstellen, dass es einfach der Ortsvektor von irgendeinem Punkt, der auf der Geraden liegt. Und der Richtungsvektor u, der zeigt entlang der Geraden. Und indem ich die Zahl t verändere, kann ich mich so an jeden beliebigen Punkt auf der Geraden schieben. In unserem Beispiel ist p gleich minus 6, 3 minus 2. Das finden wir raus, indem wir einfach die allgemeine Form der Geradengleichung mit der Geradengleichung aus der Aufgabe vergleichen. Schritt 1 heißt ja, zeichne den Stützpunkt ein. Und der Stützpunkt, das ist einfach der Stützvektor in Punktschreibweise. Also p minus 6, 3 minus 2. Das ist ein Punkt, der auf der Geraden liegt. Und diesen Punkt zeichnen wir jetzt als erstes in das Koordinatensystem ein. Hier würde dieser Punkt dann also liegen. Als nächstes kommt Schritt 2. Zeichne den Richtungsvektor ein. Den Richtungsvektor lesen wir genauso aus der Geradengleichung ab wie den Stützvektor. Und in unserem Fall war das 2, 3 minus 1. Wenn wir jetzt diesen Richtungsvektor einzeichnen, dann malen wir den natürlich nicht irgendwo hin, sondern wir lassen den bei dem Stützpunkt p starten. Also Startpunkt ist Stützpunkt p. Wir gehen also vom eingezeichneten Punkt p aus. 2 Einheiten in die positive x1 Richtung, 3 Einheiten in die positive x2 Richtung und 1 Einheit in die negative x3 Richtung. Dann kommen wir hier raus. Da zeichnen wir jetzt eine Linie ein, vom Punkt p bis zu diesem Punkt, den wir gerade ausgetüftelt haben. Im dritten Schritt verlängern wir jetzt diese Linie. Denn wir sind eigentlich schon fast fertig. Es ist schon klar, wie die Gerade im Raum liegen wird, nämlich hier entlang dieses Richtungsvektors. Damit aber klar ist, dass wir eine Gerade zeichnen wollen und keine Strecke oder Halbgerade, sollten wir die eingezeichnete Linie noch in beide Richtungen verlängern. Das sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt haben wir die Gerade fertig eingezeichnet. Das Einzige, was ihr draufhaben müsst, ist die allgemeine Form der Geradengleichung und die Bedeutung von Stützvektor und Richtungsvektor. Dann könnt ihr schon mal jede beliebige Geradengleichung auseinanderdröseln. Das Einzeichnen in ein Koordinatensystem ist dann einfach nur noch Übungssache.